herzlich willkommen zu let's play mit match ja bin ich doch tatsächlich 25 geworden aber hier gibt es noch einen schönen quest petra warum wüsstest du her letter hört sich nicht gut an vielleicht bevor ich das mache versuche ich noch herauszufinden wie das mit den aspekt funktioniert also überhaupt kein item mitgenommen was hat mir denn von den aspekten her gut gefallen ja nicht so schwer nicht so leicht man nicht transmog wäre auch nicht schlecht rauszufinden wie das geht ich würde gerne den wieder auf ziehen dann muss ich doch dann jetzt rein theoretisch den verwerten oder würdest du mir bitte den hier bewerten das war sicher eine herausforderung abgeschlossen und dann würde ich gerne dem helm den ich gerade an habe dieses layout verpassen schön schaue ich wieder schick aus als nehmen wir noch irgendwas anderes mit irgendwie ja das mit der blase können wir mal mitnehmen und da machen wir jetzt mal angezogen habe ich ja das teil weil das eben defensiv und dinge ins kirchen plus eins macht ist ja schon gut aspekt aus dem inventar kann ich jetzt aus dem gelben irgendwas machen oder extra macht als splitter genau das hier durchbohren dreimal das ist doch schön also das hätte ich jetzt gerne da drauf und dann kriege ich hier ein amulett wo geil mit defensiv beherrschung und die eis bitte das ist genau was ich will jetzt noch so ein das teil hier das hat ja das habe ich an weil es blizzard und meteor hat jetzt kann ich da schönes drauf machen ich liege gegen eine barriere geil o mart hätte ich gern das ist ein guter omen da können wir die ringe auch gleich noch pushen oder was soll das noch mal ein splitter durchbohren drei macht es sinn wahrscheinlich nicht oder flammentod habe ich halt nicht mit fünf energie erzeugt in den gegen mit der basis zehn prozent der gut wut kosten was für wuß kosten guten beschwörer barbar jäger naja habe ich nichts mehr anständiges der muss ja nicht sein was ja hat ja schon gut funktioniert finde ich vielleicht mache ich selbst trotzdem noch mal probieren es aus dem inventar so die dinger kann man auch inventar haben ich muss jetzt trotzdem kostet 14.000 ich habe ja noch bis sie geld oder habe ich noch 111 weil ich will einfach alles voller genau diese herausforderung noch abgenommen soll jetzt bin ich nämlich total umat legendär aber ich musste glaube ich hier unten noch mal hin vielleicht hole ich mir aber vorher noch hier den auftrag der der da wo ist er da ist er blick in den wahnsinn höre ich mir jetzt aber nicht mehr an ich muss irgendwo hin ist ja kein thema so sind wir da ja ich bin ich in der los retten was er hoff ich dass wir sie retten da liegt sie okay okay dann los Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss meine Brüder, aber ich bin ein Geist. Ich muss ein neues Leben bekommen. Wo? Margreis. Matvei, er ist ein Geist. ich habe jetzt schwester oktavias gebetsbuch und muss mit priester mudway reden okay let's talk to this guy we step we step we step we step